Man, jetzt hat schon wieder die Aufnahme nicht gestartet. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ich weiß gerade nicht, was da los ist, warum das gerade so schlecht reagiert. Und das ist mir gerade ein bisschen ein Rätsel. Muss ich jetzt echt höllisch darauf aufpassen, dass er die Aufnahme auch wirklich startet. Weil das jetzt bestimmt wieder 10 Minuten her oder so. Ich habe hier jetzt in der Zeit die Hecke fertig gemacht. Also den ganzen Zaun haben wir ein bisschen blickdicht gemacht. So dass er von außen immer noch der schöne Holzzaun ist. Aber von innen haben wir hier halt die Berankung. Ja, hier habe ich ein lauschiges Plätzchen gemacht. Oder bin dabei eines zu machen, sagen wir es mal so. Da machen wir glaube ich innen auch noch Dings dran. Erstmal hier außen. Ne, die wollte ich jetzt nicht. Die wollte ich. Erstmal hier außen. Da draußen sind auch wieder Handwerker dran. Ich hoffe, ihr kriegt davon nicht allzu viel mit. Sehr schön. Ich hoffe, da kommen die Bewohner durch. Wäre ja schade, wenn die das hier nicht nutzen können. So. Mal gucken, ob das hier auch geht. Könnte sein, dass nicht. Ja, da ist der Zaun. Okay, müssen wir halt damit leben, dass wir das nicht haben. An der Stelle. Äh, hier. Doch, hier geht's. Nur da halt nicht. Aber das ist okay. Da können wir ein Trokin machen. Mit relativ hohen Pflanzen. So. Hm, hm, hm. Ich seh da ein bisschen schwarz. Das müssen wir weiter hier dran setzen. Aber das ist ja kein Problem. Kriegen wir hin. Nein, das nicht. Das ja. Tisch. Tisch. Bisschen schräg, aber okay. Muss man halt mit leben. So. Dann haben wir hier auch die Sitzecke. Dann können wir hier noch einen Blumenkübel. Da würde ich auch noch mal einen hinmachen. Hm, hm, hm. So. Da könnten wir auch noch einen hinmachen. Da. Und hier würde ich auch fast noch einen sehen. Wenn wir genügend Steine hätten. Wenn wir genügend Steine hätten. Dann würde ich da einen sehen. Was fehlt hier eigentlich? Produktion Schenke. Keine Weinflaschen mehr. Upsi. Hört mal auf damit. Holzschalen haben wir eine Menge. Dann dürft ihr eher Weinflaschen produzieren. Gucken, wie viel die machen. Oh, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das sieht gar nicht verkehrt aus. Hier brauchen wir dann auch noch Licht drin. Da würde ich aber von außen eine Laterne, glaube ich, hinmachen. Oder machen wir hier innen. Ja, das könnte eng werden. Dass da die Dings nicht durchkommen, wenn ich hier so ein so einen Kübel hinmache. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich mache mal eine Laterne dahin. Da muss ich mal Material für holen. Eine Laterne. Da brauchen wir Brennholz brauche ich nicht. Bretter, Holzstämme haben wir. Steine könnte ich noch ein paar mitnehmen. Aber hauptsächlich brauchen wir dann Leder. Ich nehme mal für drei Laternen mit. Leinengewebe könnte ich noch welches mitnehmen. Das brauchen wir auch. Immer mal wieder Leinengarn. Nehmen wir mal zwei mit. Steine nehmen wir, wie gesagt, noch einen Schwung mit. Und dann brauche ich Wollgarn. Da können wir auch einiges mitnehmen. Auch für drei Laternen mal. Okay. Dann kann ich die eine Laterne mal hier außen setzen. Das machen wir am geschicktesten. Jetzt direkt, ne? Jetzt sind wir nämlich gerade außen. Mal gucken, wo ich die platzieren muss. Wo ist hier der Tisch? Das müsste er sein. Ja, also hier auf der Höhe. Ich könnte es auch so machen. Perfekt. Cool. Das gefällt mir. So, sehr schön. Dann haben wir hier nämlich das. Machen wir noch Fackeln rein. Fackeln würde ich hier am Eingang auf jeden Fall eine sehen. Und hier drinnen müssen wir mal gucken. So, dann könnten wir hier auch noch so ein Separee machen. Aber dann machen wir dann vielleicht zwei Tische rein. Da würde ich aber, glaube ich, auch das Tor ganz nach... Oder machen wir das hier dran? Könnten wir auch. Ja, doch. So geht das. Dann müsste ich hier noch den Zaun ziehen. Das sollte passen. Machen wir den mal so. Ich hoffe, der ist gerade. Ja, geht gerade genug auf jeden Fall. Ich brauche mehr Bretter. Wir brauchen Bretter. Aber ich könnte hier gerade schon mal... Ne, kann ja... Doch, ich könnte hier auf jeden Fall einen Blumenkübel noch platzieren. Und dann... Ach, der hier blockiert. Okay. Oh, das Lied kenne ich nicht. Das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Platz im Inventar kriegen. Yep. So. Stöcke habe ich auch nicht. Muss ich auch noch holen. Dann kann ich ansonsten schon mal hier noch Steintrüge platzieren, dass wir da ein bisschen Platz im Inventar haben. Mehr Rohstoffe haben wir nicht, so dann holen wir noch mal eine Ladung. Bretter brauche ich noch und Stöcke brauchen wir noch. Steine und sowas natürlich auch noch wieder, aber das hat jetzt gerade erstmal Vorrang. Und einen Gewichtstrang würde ich noch mal wieder nehmen. Ein Töpfchen können wir noch nehmen. Oh, die wird glaube ich schön, die Schenke. Na, was spielt der jetzt? Hm, bei Musik arbeitet es sich doch gleich viel besser, ne? So. Ah, da kriegen wir jetzt natürlich. Wobei... Da wäre es schön, wenn es auch halbe gäbe. Na, jetzt hat er nicht gesetzt. So. Ja, so ist okay. Kann ich mit leben? Hm, 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 hm. Gucken wir später. Jetzt gucke ich nämlich erstmal, dass ich Bänke und Tische hier hinsetze. So, die muss ich drehen. Fangen wir vielleicht mal hier an. Ich hoffe, das geht sich aus. So, jetzt der Tisch. Oh, das wird eng. Das wird eng. Ah, funktioniert aber, glaube ich. Hä, wo gibt es hier hin? Da gibt es nicht genügend Rohstoffe. Ach so. Ach so. Das ist ein Grund. Das ist absolut ein Grund. So, was fehlt mir denn? Bretter. Eindeutig Bretter. So, die Setzlinge kann ich erstmal noch hier wieder hin tun. Und die Holzfläschchen brauche ich nicht. Die Holzschale. Die Holzstämme. Weiß ich gerade nicht. So. Dann machen wir da auch gleich Licht rein. muss ich aber gleich mal gucken, wie das denn hier wirkt mit dem anderen da. So. So. Dann haben wir hier nämlich die zwei Sitzmöglichkeiten. Und da kann man dann in einer größeren Runde sitzen, wenn man das denn möchte. Oh, das sieht nicht verkehrt aus. So. So. Bei uns. Dann. So. Das ist wichtig. Hier kann ich Biserwey auch gerade noch ... ... haben wir jetzt die Stecken. ... ... Reicht sehr gut. Reicht. Ah, hier brauchen wir auch noch Licht. Da fehlt uns auch noch. Da brauchen wir auch noch eine Laterne, glaube ich. Hier würde ich nochmal eine... Steine fehlen mir. War natürlich sehr klug, die Steine rauszunehmen. Nicht. Haben wir hier drei Steine. Ein Stein, zwei Steine, drei Steine. Da machen wir dann eine hin. Geht nicht. Dann kommt die hier hin. Hoppala. So, das wären aber doch nette, lauschige Eckchen, würde ich sagen. Äh, weiß gar nicht, ob die Leute doch, die müssten eigentlich da drüber laufen. Dann machen wir hier noch eine Laterne dahinter. Da habe ich jetzt aber das Material nicht für dabei. Oder? Ne, habe ich nicht dabei. Ne, habe ich nicht dabei. Schade. Ne, du legst einen Solo hin oder wie sieht das aus? Ne, er macht auch Feierabend. Doch, das wird ein schickes, lauschiges Plätzchen hier auf der... Hier müsste ich auch noch irgendwie ein... ...zwei Steintrüge hinmachen, dass hier auch noch zu ist, optisch. Da können wir dann eben Flachs oder sowas reinmachen. Äh, nö. Nicht Flachs, äh, Dings hier. Wie komme ich auf Flachs? Egal. Ja, ja, alles gut. Wir gehen jetzt... ...geschwind in die Haia. Ja. Ja. Ich könnte mal das Inventar noch leer machen. Weil die Sachen brauche ich morgen natürlich nicht mit mir rumschleppen. Wir haben morgen... ...starten wir durch in den Herbst. Da müssen wir erst mal wieder managen. Und... ...dann müssen wir mal gucken, was es an Quests an sowas gibt. So, wir gehen jetzt erst mal in die neue Jahreszeit. Da wird hier alles frisch aufgefüllt. Passt. So. Gehen wir mal schlafen. Gehen wir einfach mal schlafen. So, neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, mein Lieber. Was beschäftigt dich? Du willst wieder rückwärts reden. Wie steht es in unserem Königreich? Einige Gebäude müssen repariert werden. Ja. Wir müssen uns hier gerade mal anders anziehen. Der Strohhut kann weg. Die kurzemnige Tunika kann weg. Stattdessen ziehen wir die Stiefel und die normale Tunika an. So. Stiefel. Tunika. Kleidung passt. Wo ist unser Sohn? Da. Hi Adalbert. Was beschäftigt dich? Du hast geträumt, du wärst ein Adler. Okay. Ich hab noch eine Kleinigkeit für dich. Du bist ein Adler, du kriegst einen Holzvogel. So. Ja. Auch dir einen schönen Tag. So. Zeit für Management, ne? Da können wir uns mal hier hin pflanzen. Die Aussicht genießen. Und jetzt mal ein wenig Management betreiben. Zum einen muss ich natürlich der Bauhütte sagen. Dass sie was reparieren soll. Ja. So langsam. Kein Werkzeug. Haben wir keine Hämmer. Upsi. Ähm. Ich muss einen Hammer machen. So. Das hätten wir. Dann müssen wir. Bei den Tieren gerade mal gucken. Beim neues Küken. Sehr gut. Du bist die. Äh. Wir nennen wir dich. Nina. So. Gänse. Haben wir natürlich nichts. Schweine. Auch nicht. Schafe. Haben wir noch zwei Lämmer dazu bekommen. Ähm. Pia. Und. Hier oben sind auch nochmal zwei. Pia. Und. Wir nennen wir dich. Ähm. Miriam. Und du bist. Ähm. Philippa. Und du bist. Ähm. Uta. So. Ich hoffe wir haben nichts groß doppelt. Aber wenn. Dann ist das halt so. Ziegen. Wann waren da noch. Habt du noch irgendwas mit Null gesehen? Ne. Die haben wir. Die haben wir. Okay. Passt. Ziegen. Haben wir nichts neues. Rinder. Haben wir ein neues Kalb. Aber leider ein männliches. Äh. Wie alt wird der? 22. Ne. Dann musst du leider gehen. Sorry. Pferde und Esel haben wir nichts neues. So. Hier müssen wir auch managen. Hier kommt jetzt Roggen drauf. Wir brauchen mehr Roggen. Dass wir Roggenbier und sowas machen können. Äh. Auch hier kommt Roggen drauf. So. Und auch hier kommt Roggen drauf. Haben wir noch eins. Da haben wir noch ein großes. Da haben wir Mohn und Zwiebeln. Na das lassen wir auch. Na das reicht dann erstmal. Ähm. So. Hier. Adalbert ist erst elf. Aber Svitos Lava ist zurück. Sehr gut. Die kann wieder an ihre Schmiede. Sehr schön. Dann haben wir da jetzt auch wieder volle Einsatzfähigkeit. So. Ist irgendjemand Falimir. Irgendjemand ist ausgefallen. Radegunda ist ausgefallen. Was hat Radegunda denn gemacht. Radegunda. Die ja irgendwo im Handwerk tätig. Wo ist denn die da hinten? Radegunda. Da haben wir irgendwas wo Radegunda dran steht. Mios Lava. Grabungsschuppen. Das ist der da hinten. Also sie war ja in der Produktion tätig. Küche. Da haben wir nur eine Person. Jaromir. Näherei. Da ist auch nur eine Person. Werkstatt. Siegfrieda. Wo wohnt Radegunda denn? Radegunda. Die wohnt da unten. Haben wir im Ziegenstall jetzt keinen? Die müsste ja dann Hirten gewesen sein, oder? Tierhaltung. Ähm Schafstall meine ich. Ne da haben wir. Städte sind komplett belegt. Bis auf der hier. Ich muss da gleich mal gucken gehen. Was Radegunda gemacht hat. Aber jetzt haben wir dann glaube ich noch irgendeinen vergessen. Beruf. Ist noch jemand der älter ist als Elf? Ne. Okay. Passt. Dann können wir gerade mal gucken wo wir hier Quests haben. Wie kann ich dir bei etwas helfen? Wie kann ich dir bei etwas helfen? Der Freund aus Klonitzar. Und die er dann hier abstellt. Seltsam. Was ist in den Paketen? Ich sehe schon worauf das hinausläuft. Du willst dass ich eines der Pakete deines Freundes nehme und es zu ihm bringe. Also ja. Okay. Kümmern wir uns drum. Wie kann ich dir bei etwas helfen? Du hast ein Problem mit deiner Nichte. Ah okay. Äh. Kaufst du nicht vielleicht einen Dachs? Ja gut. Ich kann die Figur für dich kaufen. Kleiner Holzdachs. Also. Okay. Hier. Das Geschenk für deine Nichte. Einen Dachs. Das ist wundervoll. Jetzt hast du sie ja. Genau. Sie sammelt sie ja selber. Es ist schön eine Leidenschaft zu haben. So. Dein Geheimnis ist bei mir kein Problem. Allerdings denke ich nicht, dass du dich dafür schämen müsstest. So. Eine Quest haben wir. Da hinten ist noch eine. Und dann können wir auch gleich mal gucken, wo die tätig war. Kann natürlich sein, dass die dort in der Näherei war. Wobei die hatte ich eigentlich für... Dings vorgesehen. Jetzt sind sie weg. Schade. Hier hinter ist noch ein Questgeber. Ah. Du bist es nicht? Du bist... Ein Messer mir. Kann ich dir bei etwas helfen? Äh. Dein Zaubertrank. Okay. Es gibt einen Trank, den ich dir geben kann. Ja. Und ich verrate es keinem. So. Das, meine Lieben, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank. Vielen Dank, dass du dich hier hinsetzt. Vielen Dank, dass ihr dir die Folge angeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Like und einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jetzt gerade erstmal muss ich Hammer, glaube ich, machen. Aber wir haben, glaube ich, keinen... Doch, Bronzehämmer haben wir. Was für ein Werkzeug fehlte denn dann? Muss ich gleich mal gucken, was das Bauhaus für ein... Die Bauhütte für ein Werkzeug braucht. Ja, in diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.